Stups, der kleine Osterhase fällt am Dauern auf die Nase, ganz egal wohin ihr liebt, immer ging ihn etwas schief. Natürlich, wenn ihr keine Angst, das war eigentlich das erste Mal Muttern. Nur eine Runde durch den Harz und dann bin ich wieder da. Dann mach es mal gut. So, Tschüssi. So, Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020